Aber wir sind jetzt hier. Also gut, es geht ganz normal weiter. Wir sind richtig. Gut, die Karte brauchen wir nicht. Also einfach weiter. Nach links. Fang bei halbe vierte. Geh nach links. Und was macht er an uns? Sie geht nach links. Boah. Frauen behäuchten mir wie aufs Wort. FUSA. Hm, hm, hm. Und ich kriege meine Powerbomben irgendwie hier voll gefüllt. Aber meine Energie. Hm. Zwei Energietanks fehlen. Nicht gut. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Achso, wir können ja unten lang, oder? Dummer Fang. Ah, blöder Fang. Dummer. Hier kam nochmal irgendwo einer. Naja, wir fallen mal durch. Genau in dem Moment. Ah, als wenn ich's, als ob ich's, als, ach, ich hätt's. Ich hab. So, 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 so. Autsch. Autsch, hm, Autsch. Spring. Oh, hab dich nicht so. Mach auf die Tür, geh durch mal. Ey, hallo, Alter. Und der Samus, Alter, was ist denn, Alter? Wie ist denn, Alter, Mann, Alter? Ja. So, und der, der links war richtig, genau. So, wir erkunden jetzt das versunkene Schiff. The Wrecked Ship. The Wrecked Ship. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich hör mich schlecht, weil ich hab ja Kopfhörer auf und höre den Sound tierisch geil laut und eigentlich genauso, wie er sein muss. Und wir können hier jetzt überall hochhobsen und können weitergehen. Die große, schöne Welt des, äh, versunkenen Schiffes. Erinnert mich ein wenig an Final Fantasy 7, die Musik? Ja. Toll. Ja, jetzt machst du's natürlich. Und jetzt natürlich auch wieder. Jetzt schaffst du's auf einmal auch. Ach, Samus. Du bist echt. Mein Gott. Äp. Äp. Wo über... Wuh. Blablabla. Bäh. 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 Eklig groß. Vier zu groß. Bäh. 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 Gut, dann halt so. Kein Geheimnis. Und ich kann die nicht mal damit töten. Ach, du gro... Großer Gott. Ach, du. Kack. Ausweichen, Samus. Du hast dieselbe Farbe wie sie. Es sollte dir nicht allzu schwer fallen. Hä? Okay. Und was haben wir hier? Äh, bitte, bitte. Und irgendein Geheimnis. Nein. Oh, Samus. Samus. Jetzt, jetzt. Danke. Oh, oh, du. Autsch. Oh, weg hier. Oh Gott, ich bräuchte irgendwie eine Recharge Station, aber... Warum sollte mir sowas gegönnt sein? Oh, natürlich kriege ich nur wieder meine tollen Bälle aufgefüllt. Und das... So einen Sprung kann man schaffen, ich aber nicht. Also, latschen wir erstmal weiter und fallen runter. Und hoffen, dass Energie kommt. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie 10 Minuten lang nur durchkommentiert, was ich überhaupt hier will im Spiel. Und... Toll, toll, toll. Was für ein Let's Play. Okay, da gehen wir doch mal nach oben. Weil, eventuell gibt es da... Äh, etwas Neues, etwas Schönes, etwas Großes, etwas... Etwas Nix-mäßiges. Naja, zur Sicherheit gucken wir mal hier, weil... Diese Punkte geben uns an, dass... Also, oben rechts auf der Karte... Hier. Da kann man irgendwie hinkommen. Okay. Irgendwie. Nur, ich weiß nicht wie. Hm. Hm, da also nicht. Komisch. Was soll denn das? Was soll denn das? Verarscht ihr mich? So, nochmal. Ihr seid doof. Ihr seid doof. Und ich bin's nicht. Und da ist nochmal sowas. Wieder mal nur zwei Raketen. Und was brauche ich nicht? Zwei Raketen. Also, weg hier. Warum drücke ich Select? Aha. Ja, also, ich bin mir nicht so sicher, ob wir heute das Spiel durchschaffen. Lust hätte ich schon, aber... Zeit. Hm, Freunde. Die Zeit. Die böse, böse Uhr. Vertreib mir doch die liebsten Gäste. Würde ich auch sagen. Aber... Auuuch! Bum, bum, bum. Ja. Was? Ähm. Wo lang? Nein, ich hab's weggerückt. Äh, da nach oben war es schon. Ist... Ach, Quatsch. Weiter hier. Ah. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ah, ich... Nee, nicht nochmal. Die Stelle war doof. Und... Okay, dann so rum. Ach. Ich hätt schon Bock, heute irgendwie Mother Brain zu töten. Aber... Ich glaube, ich schaffe es von der Zeit her heute nicht. Weil ich muss noch ein Buch lesen. Hä? Boah, okay. Ey, du, sorry, dass ich dich irgendwie angepisst hab oder so. Aber... Boah. War ein bisschen übertrieben, deine Reaktion, ne? Hä? Boah, Autsch. Lass doch mal den Kack. So, jetzt benutzen wir hier den Grapple. Oh Gott. Das wird ein Heidenspaß. Grapple, 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 Grapple. Achso. Und... Waaah, so. Waaah, so. Waaah, so. Und... Nein! Nein! Wir schaffen es nicht. Ich weiß nicht, warum, aber ich hab mich dumm angestellt. Nein, schon wieder dumm angestellt. Rasen, rasen, rasen. Nein! Hallo? Nein, fällt doch noch tiefer. Dumm, dummus, blödos, anus, streckus, reko... Hä? Bist du da grad rausgekommen? Der ist doch da grad rausgekommen. Ja, natürlich kann ich dich damit nicht verletzen, aber du bist doch hier grad rausgekommen. Da! Da! Ich... Uber... Uberschlau. Nein, ich bin so schlau wie kein anderer. Ich hab... Geh kaputt. Ja, hast du Angst? Drehst du um. Gehst du weg. Buh, buh, buh. Ja, ja, ist gut. Oh, Mann. Jetzt aber. Ja, was? So, meins. Däddl, 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 brauchen wir nicht. Scheiße. Äh. Warum mache ich so ein Run ohne alles? Ach, hier gibt's doch eh nix. Das waren Raketen. Was der Funk-Royale total toll findet. Weil Raketen... Sind mehr Raketen, sind mehr Raketen, sind mehr überflüssige Items in meinem... Non, äh... Less, äh... Item-Weapon-Usage-Run. Whatever. Make your own... Boah! Mann, oh, ich schaff nix mehr. Oh, jetzt aber hier. Ja. So. Autsch. Ab. Warum denn nicht? Ich... Ich hab doch gedrückt. Ihr habt's gehört. Es hat... Bbbbbbbbb... Gemacht. Danke. Danke. Und jetzt... Oh Gott. Bitte. Danke. Wollen wir weiter oder wollen wir hoch? Wir wollen hoch. Ich hätte mal auf die Karte gucken sollen. Haha. Na gut. Wir gucken. Na, hoch sieht erstmal gut aus. Ja. Startetaste. 180.000 Schlüsselfeld. Höp. Okay. Hm. Mein Gott. Na, hier ist ja ganz bestimmt nix. Deswegen kehre ich um. Naja, klar. Was, bitte? Was, bitte? Ah. Gut. Ah, bitte. Energietank, Energietank. Aber... Ey, das heißt aber, ich kann mich hier ein wenig auffrischen, energiemäßig. Ah. Autsch. Ich kann mich einfach killen lassen, energiemäßig. Ach, schön. Ich muss es ein bisschen machen, weil meine Energie war gerade echt. Ja, ging es nicht gut. Nicht allzu gut. Au. Ja, ich will heute noch ein Buch lesen, weil ich muss ein Stück lernen, weil wir bald wieder, besser gesagt, nächste Woche, diese Woche jetzt, unsere Proben fangen wieder an. Und deswegen, Funk Royale wird jetzt in dieser Woche weniger Zeit haben für seinen Let's Plays und sich jetzt da auch mehr um seine Ausbildung kümmern, um das, was dann kommt, um seine Zukunft. Und ich hoffe einfach mal, dass ihr, ja, ihr seid intelligent genug und könnt es verstehen, weil Zukunft ist ein bisschen... Hm? Hm, hm. Moment. Nein, wenn ich hier jetzt durchgehe, dann kann ich den ganzen Weg nochmal gehen. Ja, lass ich. Ich kann es mir merken, vielleicht liegt da ein Energietank oder... Oder ein Megamen-Leben. Keine Ahnung, aber erstmal nicht. Ja, und deswegen, äh, dies wird, äh, für diese Woche zumindest... Quatsch, für diese Woche. Also, ich muss ja auch nicht gleich übertreiben, nein. Aber für heute und für morgen definitiv mein erstmal letztes Let's Play. Und, ja, danach geht es dann auch gleich weiter. Und hier geht es auch leider weiter. Oh Gott. Sowas schaffe ich nicht. Doch. Glück gehabt. Und ich kann hier unten landen auf... Blöcken, Blöcken, danke. Und bitte passt die Kamera an. Ah, es klappt gerade nur so und jetzt so. Und, oh Gott, noch so ein Sprung. Oh Gott, Samos, bitte. Oh Gott, danke. Und jetzt einfach nur rüber, Samos. Oh, ich habe es geschafft.